Karolin und ihr Kollege Marco sind die Marketingverantwortlichen in der örtlichen Touristeninformation. Die beiden haben schon vor einiger Zeit die Relevanz von mobilen Apps und Devices erkannt und den Einsatz innerhalb der eigenen Marketingaktivitäten implementieren können. Die Gäste nutzen immer mehr mobile Endgeräte vor Ort. Auch die Destination hat eine App entwickelt, die aber nicht so genutzt wird wie erhofft. Karolin und Marco wissen demnach, wie wichtig eine gezielte und umfassende Kundenansprache ist, jedoch sind die beiden verunsichert, ob sie bei jedem Trend mitgehen müssen und ob die Entwicklung der App zielführend war. In dem dreistündigen Kurs Mobile Apps und Wearables im Rahmen des Projekts Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein hilft Dr. Sandra Beyer, Beraterin für Digitalisierungsstrategien, Customer Relationship Management und Marketing den beiden dabei, die Relevanz von verschiedenen digitalen Services einzuschätzen und auf den Devices sichtbar zu sein. Karolin und Marco können nach der Teilnahme die aktuellen Technologien einordnen und sie verstehen in diesem Zusammenhang die Relevanz der Trends rund um mobile Endgeräte, Apps und Smartwatches für die Tourismusbranche noch besser. Die beiden sind in der Lage im Unternehmensalltag zwischen den verschiedenen Technologien und Einsatzmöglichkeiten zu differenzieren. Schließlich können sie auf dieser Basis weitere für ihre Kunden nützliche und hilfreiche Apps entwickeln, um zukünftig die relevanten Zielgruppen noch gezielter und erfolgreicher ansprechen zu können als zuvor. Ohne jegliche Vorkenntnisse können auch Sie einen Überblick über aktuelle technische Möglichkeiten gewinnen und lernen, wohin die Reise der mobilen Applikation und Devices geht. Möchten Sie mehr über Mobile Apps und Wearables und deren Einsatzmöglichkeiten in touristischen Unternehmen erfahren? Dann melden Sie sich ab sofort unter www.oncampus.de slash t40 an.